Eines der häufigsten Segenssprüche, die man einander wünscht, ist L'chaim auf Hebräisch. Was bedeutet das? Was ist so wichtig an diesem Segensspruch? Dass wir auf die Stufe Chai gelangen wollen, zum Wohl, zum Chai, Chaim, Leben, das höhere Licht, die höhere Kraft erreichen wollen. Jene Situationen, Zustände, in denen der Schöpfer uns gänzlich erfüllt, uns anführt, uns leitet. Und wir fühlen das und arbeiten mit ihm Hand in Hand, um zu einem Zustand zu gelangen, in dem ich ihm zu Diensten bin und fühle, dass ich mich vorwärts entwickle, mich ihm annähere und in seiner Nähe bin.